Hallo, herzlich willkommen zu Adventure Maps. Wir sind immer noch bei dieser Kack-Challenge und jetzt geht noch weiter. Ja. Oh, schon verkackt. Ich verpasst mich, ey. Ey, ich natürlich auch. Boah, seid die Schnitte direkt am Anfang. Oh, schon wieder verkackt. Ja, lange kein Minecraft-Mann gespielt. Lange noch. Ah, Kacke! Oh, René, sag ich dich Schnitte. Ja, aber wo bist du abgestürzt, hä? Wo bin ich denn jetzt gerade, hä? Halt's Maul. Ich bin richtig in Form, ey. Bist du richtig Schnitte? Nein, ich bin in Form. Nein! Ach! Boah! Ne, nicht so Schnitte. Ne, überhaupt nicht. Boah, ey, meine Fretze! Fail. Boah, ich war drauf! Ey, René, wo verkackst du ihn die ganze Zeit, hä? Das ist unglaublich! Wollte er aus einer Fahrt machen, hier? Joah, wo verkackst du ihn nun, erz? Nein! Ach, Kacke, drüber getrunken! Mann! Ach! Boah! Drecksprung! Wie nicht denn? Mann, Pasi! Globo, bist du'n? Ja, hier oben! Oh, ja, oben. Oh, ja, jetzt bin ich wieder runtergefallen, natürlich. Dauber. Was noch sonst? Dauber! Hiya! Hoah! Oh, hallo, René! Hi! Oh, nein! Ja, komm, komm! Los, los! Ach, Gott! Flo, Flo! Flo, erlöse! Und wir könnten aufgeben, wenn endlich jemand es schafft. Ja, aber ich weiß ja nicht, was ich bei dem Sprung jetzt danach hier machen soll. Oh, Mist, ich war fast runtergefallen. Mindestens einer von uns muss das echt packen. Recht. Dann können die anderen beiden aufgeben. Ja, sie können, sie müssen aber nicht. Müssen sie, sie können. Ey, ich glaub's nicht. Davon hat er verkackt gerade den Leitersprung. Ach, nee, halt schon mal, du bist noch da unten, okay? Ja, mal schauen, wann du wieder hier unten bist. Jetzt gleich. Mal gleich wieder die... Ja, ho, ho! Ich hab' den schon erst mal geschafft, Mann. Das war nicht zum ersten Mal, Leute, ich hab' den schon einmal geschafft. Nein, nein, das war das erste Mal, du hast ihn schon einmal geschafft. Nein, ich hab' den noch nicht geschafft. Alter, wie assi! Hä, wo muss ich... Ach, hier rum? Alter! Ey, das hab' ich nie. Ach, nee, das ist so ärgerlich, ey. Ey, ich glaub's nicht, Mann. Ich hab' den auch erst drei oder vier Mal geschafft. Flo, ich hab' dir doch gesagt, du bist jetzt gleich wieder bei uns. Ja, toll, wenigstens war schon da oben. Nein, egal. Ich weiß jetzt, wie man diesen Einspruch machen muss. Ach, kacke. Hast du's geschafft, Passi? Nein! Nein, anscheinend nicht. Immer diese Hoffnung, dass jemand es endlich packt. Ey, Mann! Einfach sich. Nein! Oh, Mann! Komm schon, Florian, du schaffst es. Ja, wenn schon, denn schon. Oh, Entschuldigung. Ach, Entschuldigung. Fast nie, ey. Wie weit ich geflo... Ach, Hacke! Jetzt hab ich aber den Fuchs drin, ey. Ja, heißt das nicht den Wurm... Ach, mal! Aber ich hab' den Fuchs! Ich hab' mir das Riesen! Nein! Ach, Gott, jetzt hab' ich da verlor... ...verkackt, wo du gerade verkackt hast. Oh, genau den gleichen Sprint. Ey, Mann, der ist eigentlich... Man muss einfach nur heftig sprinten, dann hat man den schon geschafft. Heftig sprinten? Ja, was'n? Kann man unheftig sprinten? Ja. Oder zu früh durchspringen? Oder man hat... ...dieses Backsprin... ...sprinten. Ja, oder das? Prang du an. Okay, ich hab's lang... Ey, war ja wieder klar, natürlich... Aber die anderen, die... Die vorherigen Springen hab' ich jetzt langsam raus. Sauber. Ja, natürlich verkackig... ...natürlich verkackig beim ersten Sprung, wenn ich das gesagt hab. Natürlich nur. Es muss sein. Oh Gott. Sauber quasi. Das ist echt ein ärgerlicher Fehler. Es hat geruckelt, man... ...ist ja weitergelaufen. Tja. Boah. Aber Gott sei Dank ist endlich wieder Freitag, ey. Ich hab' mich so drauf gefreut. Bis so hin. Scheißwoche, ey. Das war eigentlich gut für mich. Ich hab' grad fast nur Vertretung und frei. Ja, das war jetzt nicht das Tolle. Klar. Das war Börnsen, Junge. Es war wahr. So, aber wie wir jetzt alle hier sind? Ey. Nein. Ja, ich hab' den Abgang gemacht. Ja. 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 Oh, Pasi. Bin ich schon mal da, ne? Und dann kommt da alle angerannt und sei an der Laufkurt. Geht. Das krieg ich den Sprung nicht mehr hin. Ich bringe mal zu weit. Ich hab' den zweiten Verkackt hat einfach. Bist du schlecht? Ah. Ja. Ja. Hab's raus. Ich mach' jetzt auch einfach die Abkürzung hier. Oh. Lass mich raten, was die Abkürzung verkackt. Nein, er hat den Sprung schon verkackt. Ja. Jump to the plowest the sign behind you. Ja, du musst dir den Schildern. Boah. Was? Ach du Scheiße. Ach Gott, jetzt hatte ich so'n Scheiß Bunny. Hä? Wohin? Ach da. Ach da, ich dachte noch da hinten. Aber dann wär das Schild, das eingestellt aufgestellt. Oh, aber hier ruckelt's gerade. Oh, viel Glück, viel Glück, komm schon, komm schon. Hä? Ich bin verwirrt. Und das Schild da, du musst mal schildern. Hier? Und jetzt auch's sehen wir mal da. Ja, leck mich! Ja, da hab ich auch nochmal. Recht, 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 recht. Den nächsten Fron hab ich nie geschafft. Boah, Fluch, Fluch. Alter, ich bin voll nervös gerade. Ach du Scheiße. Alter, komm schon, Fluch. Oh, sauber. Warte, hier ist ein... Ah, okay, ich kann wieder drauf springen. Ich kann... Boah, wenn man hier ver... Oh, ich hab jetzt was verkackt. Scheiße. Ich schaue dir zu, Junge. Okay, dann noch da. Das wär so ärgerlich, ne? Boah, wo bist du? Ich muss nochmal zurück. Boah, Alter, war nicht so spannend. Ja, ich kann, ne, ich bin voll nervös. Ey. Kann man hier hinter irgendwo... Ey, ich komme in einer halben Stunde noch mal vorbei, ne? Leck mich, ne. Ich hab grad voll das Erfolgserlebnis, ey. Nein, oh, Mann, ich war hier fast immer runter. Ja, klar. Aber weißt du, was ich wirklich wär? Mein Pasi, dich runter schlägt. Das wär echt ehklaft. Ja, ho. Da drauf, okay. Ja, ho. Ne, was ist... Boah. Boah. Boah, das ist jetzt knapp. Ey, das ist... Ey, das ist hier voll kompliziert hier. Ey, kann man hier auf die Leiter stellen? Voll der öde Schüttel. Ich versuche hier nur noch Abkürzungen zu finden, weil ich die Challenge so kacke finde. Verkackst du die ganze Zeit am selben Sprung? Ja. Aber siehst du, da ist wenigstens ein kleiner Checkpoint. Ja, wenn man hier runterfällt, ne, dann... Wo bist du jetzt? Ich bin hier. Guck, ich muss jetzt ja die Leiter, das habe ich noch gar nicht geschafft. Ey. Nein. Mich, Yoshi. Boah, ich schwitze voll an den Händen. Das ist voll... Ich bin ja nicht mal warm draußen. Wir sind... Ich bin drin, du... Ja, aber... Drinnen sind ja normale... Oh, endlich mal wieder hier, ey. Wow, René, sauber. Boah, Mann. Sauber, Florian. Ist der runtergefallen? Nein. Ja, so schlecht bin ich nur auch nicht. Wer weiß. Ja, Pasi, ich bin so... Ich bin bisher weit als ihr alle. Alles so leise. Flo ist der Kick von uns, Junge. Nein. Wow, er hat... Irgendwie nicht. Nee, glaube ich irgendwie auch nicht. Ey, ich springe, Mann. Ich habe Angst, zu weit nach außen zu springen und dann... Boah! ...und dann runterzufallen. Der Sprung ist voll kacke! Boah! Jetzt bin ich schon mal... Oh, ich hatte die beste Sicht auf Florian, ey. Nein! Und dann macht er wieder einen Abgang. Boah! Aber wenigstens sind hier Mini-Check... Oh, hier ist so ein Mini-Checkpoint, weil... Das wäre echt scheiße, weil sonst würde ich voll verscheißen. Wo hast du den Sprung hier eigentlich gemacht? Wo bist du? Oh Gott, ey, der ist voll einfach. Hä, wo bist du? Ja, bei den Leitern. Oh, ja, nee, das war... Hätte ich mal gewartet für sich, wüsste, wo du bist. Hey, es ist voll einfach, Pasi, ne? Deswegen hast du den schon so oft gemeistert. Ja, ho! Ja, ho! Ich hab den bis jetzt fast... Was? Ich glaube, ich hatte nur zweimal nicht geschafft. Und ich war umscher und zehn. Oh, da hoch, okay. Ja, Pasi, ich muss jetzt nicht trotzen, okay? Hey, du hast gesagt, ich krieg den nicht hin. Jetzt schlag mich nicht, du Arsch! Nein! Nein! Oh Gott, ist das böse! Ich war drei Sprünge von den Zielen oder so. Und ich hab das Ziel auf jeden Fall gesehen. Mann! Jetzt muss ich hier wieder mit euch Losern abhängen. Ey, du Arsch! Mann, als ob das doch... Oh, wie kackig ich grad bin! Egal, ich hab's jetzt ungefähr raus. Wie einen die Motivation sofort wieder verlässt, wenn man nach so weitem geschafft hat und dann runterfällt. Scheiß, jetzt bin ich wieder dabei, die scheiß Sprünge hier. Oh Gott. Oh, der Sprünge hier regt mich am meisten auf. Röde! Mann! Der kommt ja angerannt, ey! Das ist der letzte... Okay, der... Nein, der zieht sich fest! Ich den Sprung da hasse. Okay, welchen denn? Das ist... Oh, fuck! Mann! Man hat ja echt die freie Auswahl, welchen Sprung man nach dem meisten hat, ne? Boah, Mann, der... Gott! Guck mal, wenn man den Einsprung, wo ich war, verkackt, dann kann man nochmal zurückspringen, um den neu zu versuchen. Aber wenn man den Sprung zurück auch verkackt, dann ändert man so wie ich. Mann! Ich hab das Ziel schon gesehen. Ich hab's... Ich hatte es vor Augen. Boah, wie lange werden wir eigentlich heute aufnehmen? Ist mir egal. Mal schauen, ob wir dann doch immer am Ende von diesem Video hier noch sind. Das wär echt blöd. Du meinst von den ganzen Videos? Ja, komm! Nein! Oh, dieser Aufflug sagt mir... Oh, sauber! Ich dachte, ich wär's ganz runtergefallen, aber... Bloß sag mir einfach von dieser Aufnahme. Ja. Boah! Versehen, sauber! Ja! Oh! Ich hasse dich! Der ist nicht gesprungen! Das ist ärgerlich. Scheiße, das ist auch ärgerlich. Mann, nach diesem... Wie jeder dazwischenredet, wenn du redest, ne? Nervig. Voll unprofessionell. Was ist daran bitteschön unprofessionell? Nein, nein, nein. Schwuchtel. Oh, du Arsch, da! Von Wasser, weil so ein Lappensprung. Hey, ich war nicht bei dem Lappensprung. Schwuchtel. Muss ja zwischendurch mal sein, ne? Leck mich! Mann, nicht immer wieder, du Arsch! Ey, erstatt bei dem Sprung musst du jetzt deine Rache ausnehmen, oder was? Was für Rache, Junge? Ja! Ich hasse es jetzt nicht. Ich nehme nicht mehr die Abkürzung, die kackt mich an. Die ist voll einfacher, Scheiß, doch. Sauber Pasi, du schaffst es! Mach uns stolz, Junge. Aber bisher war wirklich nur das, was wirklich vor dieser Challenge alles kam. Na, komm! Boah, das ist bisher die schwerste, ey. Das ist ja auch die... Final, Final Training Session. Komm, wir sagen, um viertel vor, gehen wir auf. Na, in 15 Minuten? Junge weiß, wie lange wird insgesamt schon an die Sacken aufgabe hängen. Ich glaube, ich glaube, dass nicht ein Zuschauer bestimmt 17 Folgen alleine diese einzelne. Sach-Kurs-Kurse, egal, keiner das Ganze. Wir sind ja echt. Außer es ist, außer es ist so zu... Ey, Partie wird was beweisen. Den fünf Zuschauern, von denen drei wir sind. Nein, weil mal 30. Wenn wir 30 aufnehmen, 31. 32. Boah, sogar 32. Siehst du, nee? Trotzdem haben wir keine 30 Aufrufe pro Video. Sind immer besser. Ja, aber wir haben pro Video immer ungefähr fünf bis sechs Aufrufe. Und davon ohne unsere Aufrufe, meine ich, ne? Ja. Aber wir haben öfters auch mal... Na, jetzt... 21. Das ist so. Das ist hier voll einfach, Pazzi. Du musst dich einfach... René, das ist ja richtig einfach. Ja, wo bist du überhaupt? Das ist auch einfach. Ja, ich hab mir... Ich hab das... Ich hab das mal viel schwerer gemacht, als es eigentlich ist. Warte mal, warum ich den immer schaffe. Ja, ich hab das mal viel schwerer gemacht. Ja, ich hab das mal. Vielen Dank.